Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Final Fantasy X 2. Und ich muss direkt zu Anfang sagen, ich bin doof. Das Ding macht dir zwar schön Laserstrahlen, aber ich kann drüber springen. Hey! Warum auch nicht? Ach, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das taucht sofort auf. Das kann dann nicht einfach durchlaufen. Also, werde ich hier rumgehen. Das sollte ja gehen. So, wen haben wir hier? Hallo! So, Payne ist übrigens fertig mit ihrem Samurai-Kostüm. Die anderen beiden noch nicht. Also machen wir jetzt mal bei ihr Berserker. Und viel mehr habe ich auch noch nicht geschafft. Außer, dass Yuna jetzt auch auf Level 99 ist. Das ist schön, das ist toll. Das finde ich wundervoll. F.E. Kann ich bitte da durch? Ah doch, das geht. Uah! F.E. Ah, ich glaube, da kommt schon ein Monsterchen, ne? Okay. Ich gehe mal zurück. F.E. Merken. F.E. Klavierstunde Nummer 2. Immer bis oben. So, weg mit dir. Aua! Weg! Keiner. Mag das! Und sterb bitte schneller. Wir haben doch keine Zeit. Apropos keine Zeit. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Verdammt, ich habe auch keine Uhr in der Nähe. Egal. Wir machen so lange, wie es nötig ist. Wunderbar. Wunderbar. Sagen die Mädels gar nichts mehr? Was ist hier los? Dann gehe ich halt wieder zurück. F.E. Aua! Das war doch schon weg. Verarsch mich doch nicht. Kann ich hier rüberspringen? Nein. F.E. Schön merken. Zack, zack. Ich bin überlassen. F.E. So, lass mich bitte hier durch. Danke. Hallo. Lass mich hier durch. Geht doch. Hier kann ich auch nicht runterspringen. Doch. Und ihr seid hier auch schnell erledigt. Im Oversoul. Alles gut. Alles gut. Wegfegen gelernt. Sehr gut. Und zwar Pain. Pain hat noch viel zu lernen mit ihrem Berserker-Kostüm. Oh, Sprinter-Schuhe. Finde ich gut. F.E. F. Okay. F.E.F. Merken wir uns F.E.F. Müsste nur noch die richtige Reihenfolge sein, ne? Das wäre super. Immun. Haha. Tschüssi. S.E.F.E.F. s.E.F.E.F.E.F.E.F.E.F.E.tHA. Ja, ist gut. Du kannst imposant sterben, aber das war's auch. Dankeschön. 5000. Okay. F-E-F. Ah! Lauf schnell durch. Geht sie. F-E-F geht sie. F-E-F geht sie. So, schnell durch da. Ein Morbul. Hallo. Morbul, der Große. Der Große Schwache. A-F-E-F geht sie. Ich muss mir das merken. Die paar Schritte muss ich mir das noch merken. Dann wollen wir mal. Hoffentlich ist es die... Ah, ich habe die vorigen Noten nicht. F. E. F. G. C. Okay. Okay. Hätten wir das. Schade, dass ich die Anfangsnoten nicht habe. Oh, die mittleren. Sehr, sehr schade. Hier ist noch eine Kiste, wenn ich dran komme. So, Kiste. Turboeter dreimal gleich. Sauber. Hallöchen. Genau. Kämpfen statt reden. Im Oversoul bin ich dem, glaube ich, noch nicht begegnet. Sammelt Kräfte. Das kannst du dir knicken. Nicht mit mir. Lieber nicht mit mir. So, hoch da und rüber. Zacki, zack. So kommen wir wunderbar da durch. Da drüben haben wir auch einen Speicherpunkt und eine Zwischensicke ins... Ah, Gippel. Gippel! Ich bin kein Problem. Du bist okay? Ich kann einen Knapp. Wo ist Nuge? Er ging hin. Ich glaube, sie kann nicht weg. Ich habe nie gesagt, wo ich wohnen würde. Also, bitte, um Kippel zu bieten. Pants, Feroid? Da bin ich mal gespannt. Was hast du in mir für Spaß? Any ideas, Dr. P? Me? A ship that glides through the air. That thing you mentioned before. If it's for real, I want to fly it. You get to be pilot then. And maybe I'll try my hand at navigation. Then I'll be engineer. Nooch? Captain. Ah, that's perfect. You'd let an amateur be captain? Chill out, Noochester. All you gotta do is shut up and look important. You'll fit the part. Like a glove. I work you like dogs. What happened to that pain, I wonder? She's inside you, sleeping. Well wakey wakey, time to set sail. Your captain and your navigator are waiting. Noán, no. Always life. Oh! Musik der Felsen! Ah, jetzt geht's rund. Treten Sie auf die schwebenden Felsen und entlocken Ihnen Ihre Melodie! Uff, 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 uff. Wir können zoomen. Aha, aha, aha. Kann ich nicht vorher speichern, bitte? Ach du Schande. Das muss ich mir merken, Leute. Wobei ich teilweise gar nicht sehe, zumindest nicht auf Anhieb sehe, wo es blinkt. Na super. Ah, hier unten auch noch. Oh mein Gott, ich probiere es mal auf gut Glück. Warum nicht? Ähm, däh. Also. Und Daniela? Oder hier? Kann ich hier rüber? Nein. Aber da rüber auch nicht. Oh Mann. Dann, ey, ich wollte oben hin. Hier links lang. Oder hier? Oh mein Gott. Macht es doch noch komplizierter. Ich möchte gerne hoch irgendwie. Ja. Mega Phönix. Finde ich gut. Nee, das hätte ich zuerst machen müssen. Verdammt. Hier komme ich doch auch noch irgendwie lang, ne? Das auch noch. Da komme ich nicht lang. Hier oben auch nicht. Ach Gott, ist das eine komplizierte Kacke. Ja. Ich glaube, ich will weiter hoch. Ich will da rüber. Ach, dann nicht. Hier ist nix mehr kaputt. Kaputt vor allem. Wie komme ich denn jetzt weiter? Nein, 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 nein. Ich will schon da lang, bitte. Das kann ja was werden. Hör bitte. Ich will höher. Aber er lässt mich nicht höher. Kann ich darüber? Nein. Nein. Das finde ich jetzt doof. Hier vielleicht nochmal. Ah. GC war das letzte. Aber das wird es nicht gewesen sein. Wette ich. Nee, F.E.F. heißt es eigentlich. Falsch gemacht. Ich werde einen Gegner vor mir haben. Definitiv. Aber das ist ja nicht weiter schlimm, ne? Ja. Ich wechsle mal zum Maskottchen, weil so einfach... Ja, 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 in die Milz. Weil so einfach war dieser Gegner hier ja nicht. Wissen wir ja. Also alle mal bitte umwandeln. Fidibus. Kack du, M.G. So, und du machst... Ach, keine Ahnung, was du machst. Angreifen. Hokus. Mockstrahl. Mal sehen, was wir so abziehen. Ich meine... Ja, warum nicht? Weil Riku zieht ja auch schon 5.000 mit ihrem normalen Angriff ab. Ne? 1.400, ja. Okay, ich mach dann doch mal... Kackdolfen, G. So, ein bisschen... Nee, falsche Person. Bisschen Hokus. Hokus. Fidibus. So, du kannst langsam mal ein bisschen sterben. Aber nur ein bisschen. Oh, oh. Nicht der Hauch. Der zieht vielleicht 3.000 ab. Aber wir haben ja genug HP. Das ist in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. So, und jetzt macht es viel platt. Immer noch nicht? Das dauert ganz schön lange. Kann ich irgendwie Analyse oder so? Ich glaube nicht. Ist ja auch egal. Mockstrahl. Ich hab schon keine MP mehr. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber er sollte gleich geschafft sein. Oh je, die arme Pain. Ah, wir haben's. Endlich mal ein bisschen Herausforderung und keine One-Hit-Gegner. Tschüssi. Tschüssi. Ach, schade, dass ich mit dem Maskottchen, was die Abilities angeht, schon voll bin. Aber mit anderen Kostümen wird's, glaube ich, ein bisschen schwierig, den zu besiegen. Aber hey, jetzt könnte ich da durch. Allerdings, jetzt in der nächsten Folge. Ha! Ähm, nicht, dass ich euch auslachen würde. Aber ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen, Kommentieren, Liken und was ihr nicht sonst alles für mich tut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.